Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike Global Offences Zero2Hero mit dem Mike und dem Malte. It's me, it's Malte. It's me, it's Malte. Und zwei komplett komische Leute. Oh Gott, führte mich. Die muss ich gleich mal muten. Die muss ich gleich nach der Wurde muten. Ich hab extra meinen Sprachjet angemacht, aber die kannst du ja schon wieder immer auf dem Spiel gehen. Laufen! Ja, block doch. Alter, der leckt wie Sau, der Typ. Unser Russ, ne? Unser Russ kostet. Unser Russ kostet. Wo, wo. Der fällt an uns mal. Boah, ich krieg wieder einen Schuss. Ja, aber du hast recht, den kannst gleich... Äh. Ich hab beide gemutet. Ja, kannst du. Ich hab doch... Warum hätte ich die Einstellungen ausprobieren müssen? Der andere, aber ich dachte, den lass ich mal. Oh, ich dachte, die Runde geht dümmer aus für uns. Ich war gar nicht. Ich war gar nicht. Kurz ist da. Nate saß auf jeden Fall. Am gut. Ich hab schon wieder drei weggeholt. Es gibt ja andere. Ja, ich hab auch wieder ein Incent-Handy gekriegt. Also kannst du das... Ja, bei mir dasselbe. Ah, das ist natürlich blöd jetzt gerade. Naja. Let's go, my brothers. Ich bin nur mit Tech. Nein. Mehr braucht man nicht. Äh. Wo wollen die alle hin? B? Rush? Wie man gesagt hat. Ich hab ihn gemutet. Ähm. Chat. Schon drin, ja. B ist clear. Hier. CD, nach mir, heute. Oh na, er kann zwei. Oh. Schott rein. Eww. Shot. Lauter timer ist lauter timer. Na, kurz. Immer noch. 87 hat er gefressen. Einer ist Cutters. und einer ist ein Schott noch Schott ist tot, Tunnel, Lassmontas, Tunnel Guten Tag! Hi René! Hi René! Du bist leider zu spät Leider schon in der Runde drin jetzt Ich wüsste von nix Äh, Konfi Du klingst etwas stammisch Hättest du mich trotzdem sagen können? Ich hab's ja selber vergessen Na, siehst du ja Ja, aber ich wollte nur sagen, es stand der Konfi Ich hab natürlich jetzt so'n scheiß Ding drin, ja? Das jetzt mal das Kaufmenü nach einmal kaufen wieder zugeht Warum muss der Russisch schreiben denn? Hallo Russisch ist doch die neue Weltstrafe Das verstehen doch alle Weisen B Was? Ich hab's schon vorbei? Was geht denn mit euch ab? Ich hab' überhaupt nichts gemacht Wieso? Das ist unfair Ich hab' gar nichts gemacht Ich hab' auch 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 nichts gemacht Kann ich ja nichts für Das ist doch scheiße ey Auf was hat'n er jetzt das Dings gelegt? Ach Und jetzt wüsst' doch was die Granaten kaufen Weil das alles auf Trotz war die komm ich gleich beginning א Make Konsens Was zumoll Was? T misses Was will denn Ja, wie viel du kostest eine Nacht? う Komm mal da rein hier Guck' mal Ist nix. Okay. Guck rechts. Nix. So Mails drücken schon nicht schlecht, ne? So Mails, die zwei Russen. Hm, super. Er hat eine neue Ratte kaufen. Er klaut ihn mir einfach. Das ist natürlich eine Frechheit. Oh! Der Russe kann nicht treffen. Kino, dreh es mal zu mir bitte. Wo ist er denn? Hinter dir. Gib mal ein paar Kippen aus deiner Brusttasche. Na selber bin ich schon drin du. Ich habe einen Flaschmack. Hey Leute. Ich hab euch da oben gesmockt. Ist einer raus Malte? Ja, jetzt hab ich jetzt zurückgelaufen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, zwei Malte. Oh Gott. Die stehen alle kurz. Ja, klar. Auf Kopfhöhe und das bringt mir nicht zu viel. Ja, AWP kurz. Kurz hat meine Awe. Ja. Lass mal schauen. Letztes Pit. Pit, Pit. Pit. Kino? Willst du schlafen oder warum hast du dich hingelegt? Schnauze. Ich kotze das gerade mit dem Kaufmenü an. Ach, was ist denn das für eine Scheiße, ey. Ich überlege jetzt mal. Guck mal Malte hier ein Geschenk für die. Ach, null ist das? Okay. Was ist die eins? Ah, zwei. Aha, cool. Muss ich nur noch rausfinden, wo Kevlar ist. Bock. Boah, hat es irgendwie dauernd lustig. Ich glaube ich habe ihn getroffen. Ich bin mir auch nicht sicher. War laufel lang. Mein Fadenfall war auf jeden Fall drauf. Ah ja, ich habe ihn getroffen. Cool, mit der AWP. Oh, zwei On-Spot. Ich bin auf jeden Fall drauf. Ich bin auf jeden Fall drauf. Wack dir von kurz. Ich bin weg. Du kannst drei On-Spotino. Einer hat verschoben. Beide tot. Einer hat verschoben. Litter CD-Spawn irgendwo. Terrorists win. Einfach über den Haufen gerusht. Die Pister. Nur weil die nur Smoke geschmissen haben und du da durchgegangen bist. Ich hab die Smoke geschmissen. Ach was ist deine? Ich hab die Smoke geschmissen und hab ne Brand auf On-Spot. So ok, sah eher noch deine aus. Pass mal auf Kollege, so nicht. Und zwei Granaten bin ich ja losgeworden. Warum hat er sich auch ne Ape gekauft, der Spott? Ja, ist auch wieder ein Idiot da. Oh Gott, der ist auf jeden Fall gehittet. 93 hab ich ihnen gegeben. Ey, was geht ab? Das kann doch nicht wahr sein. Wie schräg kommen die auf On-Spot? Ja, die mähen einfach alles im Laufen ein bisschen. Letzter City Spawn. Mach's lieber nicht, Mike. Das wirst du noch. Das wirst du noch. 10. Oh, ich wollte ihn auch mal. Ich freu mich jetzt auch schon wieder, wie viel ich dem wieder gedrückt habe. Da kann es einfach nicht wahr sein. Guck mal nach. 40 hab ich mir. 67 hab ich mir gedrückt. Was denn, Tina? Ah, 4 ist AK, das ist gut. Und wo ist jetzt der... Scheiße. Das ist ein Scout. Das ist eigentlich ein Scout, genau. Oh Mann. Wieso... Wo ist die scheiß Waffe wegwerfen, hier? G. Normalerweise. Was? Normalerweise G. Ist nicht. Wie kann ich die scheiß Waffe wegwerfen? Die Conflict ist umgeschrieben. Mist. Komm gleich, Jungs. Geht gleich los. Scheiße. Ist doch Mist. Ich muss das mal alleine machen. Ich muss mal kurz rausfinden, wie ich die Waffe wegwerfe. Unten. CT. Malte. Das Schlimme ist, Tino hat die Bombe. Achso. Äh, ja. Short, 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 short. Short. Grenade. Burn. Oh Mann, jetzt hat er mich gesehen. Tino, es ist unangenehm, dass du die Bombe hast, ne? Die liegt jetzt am Spawn. Ja, es ist etwas ärgerlich. Es tut mir leid, aber hm. Warte, gleich wieder da. Mal Spawn. Mal Spawn, hast du gesehen, Junge? Nee, hast du nicht gesehen, ne? Mal Spawn. 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 Oh, AWP ist dran. Ja, als ob. Und der? Äh, er hat gemoved dauernd. Mal an der Ecke, mal weiter rechts. Oh, schön. Der Typ hatte in der Mitte Probleme mit drei Leuten. Einer ist kurz anderes Mitte, Alter. Kann ich jetzt sagen. Oh Gott. Ich hab die Zahlen nicht verstanden. Oh, das war doch zu zweit. Oh, das war doch zu zweit. Ja, ich dachte einer wäre lang. Das hat sich eher so angehört, als ob er das CT-Step. Aber naja. Ja, ich dachte, dass die schlau sind, weißt du? Und ich bald über kurz kommt. Also die Sache. Na ja, was wollen wir machen, ne? Ja. Also Minus ist skaliert. Das ist schon mal gut zu wissen. Also auf den ganzen Numb-Fed oder was zum Drücken? Ja, das ganze Numb-Fed komplett belegt mit Kurzweil. Ey Leute, nicht dass euch wundert. Ich hab hier ne neue Konfig drinne, von jemand anderem bekommen. Und die einfach jetzt mal so übernommen. Das ist ja ne russische Russen-Party bei euch, ey. Mhm. Mhm. Jo, zwei CT. Two guys CT. Ja, genau. Er kommt weg. 95! Ja? 95 drück ich. Weil die Smoke auch wieder genau perfekt kam. Weil die Smoke auch wieder genau perfekt kam. Sind alle auf B gegangen. Sicher ist auch die Bombe, ne? Ja, komische Koljapot. Kann auch mit der A-B-Une schon gehen. Das Wichtigste, was ich natürlich schon machen kann, ist hier mal fix. Ah, unser Typ da. Koljapot. Mhm. Ja, die A-B-Une ja so weit unten. Mhm. Kann ich mal wieder am besten eins. Ja, falls das sprayt. Die zieht extrem stark nach oben wegen dem Rückstoß, weißt du? Die A-B-P, ja. Ja. Ich seh ja immer nur eine Runde vor zehn. Hab dir zu gut vorgelegt. Mhm. Mhm. Und dann war Manus die eine Runde AFK, weil er allerdings einer kommt wegen nicht klar kam. Dann ist es eingebrochen. Ja. Oh, Martin, hör zu. Oben am Kasten eine oder an der Tür eine auf jeden Fall. Tür. Ne, weiter rechts. Ja. Geht die mit der AWP gerust. Ah. Also ich hab nur Sukka Bliat verstanden von dem was er gesagt hat. Sukka Bliat. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Lass mal auf B rushen. Alles klar. Bin dabei. Rush B, rush B, please rush B. Nice. Die Flash-Bring von irgendeinem Kollegen hat es. On-Spot. Ja. Ich glaube, das ist ein Weg. Und bei der Wache. Der nächste ist es für mich. Bomb has been planted. City Spawn ist über Tino. City Spawn ist übrigens eine AWP von den Gegnern, ne? Ja, macht nix. Schießt auf dich. Nein, die schießt nicht auf Tino. Och, hat sie. Immer noch auf Tino. Na gut, dass Mike drauf hat nicht Tino. Wollte Tino treffen. Wie sinds ja noch? Einer, nur der oder was? Ja, nur noch der. Wee. Wee. Klasse es Tino. Da war er. Da war er nicht. Dem langgegangen. Nehm'ne AWP und hau auf Tino. Terrorist, get it. It is going to explode. Oder auch nicht. Das Problem ist, ich weiß halt wirklich nicht, ähm, wie ich die Waffe wegschmeiß. Drück mal F. Dann guckt er sie an. Und auf G ist nichts. Auf G guckt er sie auch an, komischerweise. Schon mal umlegen. Nach der Runde. War lang nichts? Nö. Ungewöhnlich. 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 Und spot einer. Er hat einer. Alle grünen. Was? Oh nein, das war nicht wahr. Ja! Ey, drückt mir wieder in den Kopf direkt. Ja, der hat alle weggeholt, ne? Ja klar, weil ich ihn nicht getrunken habe. Ich habe zwei Schüsse mit der AWP auf ihm vergreicht. Das ist das Problem gewesen. Aber wenn er sich so rumruckelt, dann treff ich mit der AWP. Meistens auch nicht so unbedingt. Weil er überhaupt nicht berechnen kann, wie er langläuft. Der hat einen M4, ne? Im Pit. Was? Der drückt doch den Sinn in den Kopf, ne? Der hat... Der hat doch Bunnyhop gemacht und hat uns den Handy gedrückt. Wollen wir mich eigentlich schon mal rausschmeißen? Wie Spaß? Weil du jetzt so bist, weil sie dich scheinbar stecken. Weil du schon... Wollst du njerd sagen. Njerd. 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 Stupid Barufski. Njerd. Irgendwas mit nord Aku. Was sagen sie denn? Ich höre die ja nicht. Irgendwas mit Bliot. 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 Bli adhere. Ist ja... Da hat man ja nämlich mal einen russischen SprachLS für Anfänger gegönnt. Dann kriegt man auch schon, wenn man economy pound spielt. Äh, so ungefähr, aber halt ein professioneller, also die Sprache ist heftig. Fucking idiot, ey. Weiß nicht, ich hab ne Arbe. Ja, ich brauch mir dann die MP mitnehmen. Der andere Typ hat ja auch eine. Und der andere Typ auch. Deswegen hab ich mir lieber einen MP mitgenommen. Meine! Ja! Auto! Hallo! Was? Alter, was kann denn da sein? Grenade! Ja! 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 schießt. Einer. Muss nicht helfen Tino. Ich habe 9 HP. Passt alles. Einer hat auf jeden Fall Hitze. Hat irgendwelchen Nade? Also B ist frei. Er wird Elevator hocken. Könnte ich jetzt schon Sagen Tino. Oh, ich habe einen wieder Nade in Cityspawns getötet. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Oh, halt die Fresse. So intersections, einen Cut rein oder nicht? Jetzt ist es schon zu spät für den Cut. ja ist doch so jetzt mal ohne scheiß was soll denn das dumm ist geballer jedes mal hier ein menschen mehr antun so was mit dem heute er drückt mir halten ja man könnte ja aber keine hubschrauber um hinzufliegen ja hört auch heute auch gut hätte ich raus ich kann einer schießen würde von denen aber es ist kein russisch was immer schreibt der typ was diese gopro ich weiß einfach nicht wenn man die scheiß Waffe wechselt das gibt es auch nicht musst du glaube ich gleich mal in der konfig gucken er kann sich nur optionen gucken da ist doch die ganze steuerung drin aber das problem ist sie konnten meine konfig ist jetzt schreibt geschützt ich glaube den speicher da ist nicht mehr das ist ein Auto wechseln das sind die Branden von meinem Spiel und den Leib von meinem Spiel abgekriegt alle angehittet irgendwie zwei sind tot vom Land noch einer hatten hilf einfach in den Rücken geschossen neuer Rundschaft diese Runde 100 irgendwas sei kein Loser, komm zu Fuser ja du mich auch was denn da war einer kurz durch ich hitte nur an angehittet mit AWP wieder Oh, lange schon durch? Oh Gott, wie schlecht. Daneben, Malte. Ach. War auch nur einer. Ja, aber... Oh. Oh nein, da war er. Arne, Malte. Schadene, Malte. War wieder angehittet, ey. Ich camp jetzt. Mach das. Sehen wir, aus der letzten Runde hatte ich trotz Pflicht nicht die Führung. Mich. Mal sehen, was manche von Skill haben. Vor ein Pfeil. Pfeil in der Hull. Alter, das gewinnt doch noch. Ich glaub die gehen Richtung B. Bist du schon vor lang? Nee, aber ich bin... Ach, hinter B. Vorren von denen. Ja, die sind in Tunnels drin. Oh scheiße. Ah, die haben eine AWP da drin. Nice, Mike. Einer geht wieder über T-Spawn. Einer, die Bombe geht wieder über T-Spawn. Die AWP ist da noch drin. Ja, das ist ein P-Spawn. Letzter war T-Spawn. Achtung lang. T-Spawn. Nee, wie lang. Was ist das? Ja... Die ist gar nicht so klein, bis das. Ich hab noch ganz andere Farbeinstellung. Eintückeln. Äh... In die Option. Control. Äh... Tastatur-Maus. Wo stand denn das jetzt hier? Nachladen. Waffe fallen lassen. Ist unbelegt. Super. Mhm. Wolltest du einfach ne kleine Waffe fallen lassen. Dann geh. Willst du saven, oder was? Na komm, bei dir, Mike. Er hätte da direkt so ungefähr aufgefallen können. Er hat das nicht mehr geschafft zu... Nee, nee, nee. Er hat das nicht geschafft. Nee, nee. Nee, nee. Beste Waffe. Angehittet war er im Übrigen. Schön. Gut gemacht, bald. Elf Assists, alter. Elf. 25 Kills. Ja, ich hab 20 und elf Assists. Ich hab 8 Assists bei 10 Kills. Was soll ich denn sagen? Ihr Penner. Aber drei Sterne. Ah, Funkelsternchen. Ah, es sind drei Kills gefallen. Deploying Flashbank. Smoke. Oh, kommt der in der Mitte raus, ne? Oh, der hat doch nicht mehr... 83 in 5. Der hätte ich mal lieber die M4 behalten. AWP ist übrigens... B2 ist in der Mitte raus. Ah, das war der Angehörige. Mike, Mitte raus ist schon was, ne? Das war einer, Tino. Tunnel. Tunnel. Und der negativ, ne? Nice. Negativ. Naja, war ja ganz lustig. Tino? Ja. Ab Moderation. Achso, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und, ähm, bald werden wir eigentlich ready. Bis dahin. Tschüss. Däumchen dalassen.